Diana Osterhage und Andreas Braun wurden wohl gewählt zur neuen Doppelspitze der Partei Die Basis, und zwar Deutschland. Das sind die beiden Parteivorsitzenden Deutschlands. Ich versuche gerade, Frau Osterhage zu erreichen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht erkennt, dass ihre Partei noch nicht auf dem richtigen Weg zu den 56 Prozent ist, sozusagen, sondern im Moment noch auf dem Weg ist, maximal im Bereich bis 4,9 Prozent herumzudümpeln auf Dauer. Gut, und dann sozusagen noch ein Nachlese und Nachtrag, sozusagen, Nachtrag oder Nachlese zum großen Talk, Parteivorstand Die Basis Österreich, den Sie ja hoffentlich alle schon gesehen haben, Titelnummern. Sendungsnummern 802 bis 805, würde ich sagen. Also alle, alle Sendungen vor dieser Sendung einfach schauen und dann haben Sie auch den Talk. Ja, es geht darum, eventuell nachkonsensieren zu lassen. Ich zeige mal, was ich meine. Die Next Scientists for Future sollte man nachkonsensieren lassen. Also, Beispiel wieder. Ich gehe einfach hier mal drauf. Moment hier. Da gucke ich drauf. Dann habe ich jetzt hier. Stellen wir uns vor, hier oben stünde nicht Wirtschaft, Handel, Mittelstand, sondern wie hier Gesundheitsreform. Ja, da haben wir jetzt nur drei Vorschläge. Vielleicht sollten wir alles begrenzen auf maximal fünf Vorschläge, um die Volksentscheide nicht zu schwierig werden zu lassen. Ja, maximal auf fünf begrenzen. Dadurch können wir auch mit dem Würfel arbeiten, sodass wir die Positionen, welcher Vorschlag kommt per Zufalls, per Würfelauswahl an welche Nummer. Wenn wir dann halt die sechs wählen, wählen wir einfach nochmal, bis wir wieder eine Nummer haben unter sechs. Und dann werden eben Stück für Stück die verschiedenen Vorschläge verschiedener Experten aus aller Welt oder auch aus der Parteibasis. Erst einmal nimmt man die grundsätzlich sich unterscheidenden Vorschläge und jetzt kommt das Neue. Jetzt kommt das Neue, dass wenn das jetzt hier, nehmen wir mal an, das hier wäre jetzt der Vorschlag von NextScientistsForFuture.de. Ja, dann müsste man da drin reinschreiben, zum Beispiel machen wir die Gesundheitsdaten, wollen Sie die Gesundheitsdaten, Sie können die Gesundheitsreform mit allen Gesundheitsdaten haben, also mit vielen Daten, dann ist sie natürlich auch, funktioniert sie auch am besten sozusagen. Oder haben Sie eine aus meiner Sicht nicht rationale Angst bezüglich des Themas Datenschutz, haben Sie bestimmte Datenschutzängste, wollen Sie die Gesundheitsreform der NextScientistsForFuture.de mit so wenig wie möglichen Neudaten, also zwar die Daten, die sowieso schon überall da sind, zu nutzen, aber keine Neudaten erheben, wie zum Beispiel Gesundheitsaufwanderwartungskurven oder ähnliche Dinge. Ja, also keine Neudaten, dann ist es natürlich weniger effizient. So, und jetzt nehmen wir mal an, das steht dann jetzt in dem Vorschlag drin, das würde dann im, und vielleicht auch noch drin, dass das im zweiten Konsensieren dann nochmal abgefragt würde und aufgespalten würde, verschiedene Stufen der Datenmengen zum Beispiel. Ja, und dann könnte man sich das so vorstellen, wenn jetzt die Wähler beim Konsensieren, beim ersten Volksentscheid nach der Wahl, sich für den Vorschlag 3 von NextScientistsForFuture entschieden hätten, dann würde man diesen Vorschlag von NextScientistsForFuture wieder in 5 Varianten aufdröseln, einmal mit ganz vielen, mit allen Daten, also das würde bedeuten, mit Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, vielleicht sogar Wohlstandsdaten und mit Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve und, 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 ja, und tatsächlicher Aufwand und so weiter und das in 5 Stufen einfach gewählt und dann können die Wähler beim nächsten Volksentscheid konsensieren, und dann, wie viel Daten möchten sie gerne sozusagen das verwendet werden von ihnen und dann können die sich entscheiden zwischen 5 Alternativen, Wahlalternativen, viele Daten, wenige Daten sozusagen, ja, so kann man sich vorstellen, wie die Demokratie der Zukunft aussehen könnte, ja. Ja, und, ja, dann versuche ich mal weiter, die Frau Diana Osterhage zu erreichen, bin mal gespannt, ob sie im Moment nur den Hörer ausgelegt hat beim Telefon und generell nicht mehr ans Telefon geht, denn es kann ja auch sein, dass sie jetzt als Vorsitzende auch von vielen Linksextremisten und Rechtsextremisten belästigt wird, terrorisiert wird oder was auch immer, das kann natürlich sein. Ja, tschüssi, bis bald.